Hallo und willkommen zu Trouveling Terrorist Town mit Dalu, Ruhmai, Grenz, Kaputo, Kundra, Maxi, Nethias, TauTau, Fisk und wir im Pixelspaß! Hallo Pixelspaß! Skalierst du deine Auflöser? Da wird Spaß noch großgeschrieben. Wir sind ja schon auf einer Minecraft-Map. Da wird Spaß noch großgeschrieben. Minecraft wird nicht mehr. Da ist es doch lustig. Ich geh bei Maxi AFK. Ja, freu den Schreiben. Dass du nicht Kapitzenpasst. Oh, da muss er... Schieß mich, komm. Achtung, die Zombies in der Mitte. Oh, da liegt einer. Sorry, sorry. Nicht zu nah an die Zombies angehen. Hey, da wird geschossen aus dem Gang, hinter dir. Hinter dir aus dem Gang. Ich hab'n Schwert. Hier, fang. War, war nur. Kapuze, ich will dich zum Ritter schlagen. Du guckst doch gern Game of Thrones. Ja, ja, ja. Oh, das hat das weg. Komm Kapuze. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Gewehr, gib sie weg. Ey, Leute, man genießt. Ja, ja. Da kam Land mit. Oh, nicht auf das Schwert fallen. Ja. Oh, der kommt zurück. Lass dich nicht berühren. Fisk, mach mal hier los. Fisk, Fisk, Fisk. Was? Der Traitor ist hinter mir her. Hilfe. Leute. Wieso ist es jetzt hier? Pixelspaß, Pixelspaß ist mega verwundet. Ja, ich bin mega verwundet. Ich bin auch mega verwundet. Ich bleib. Tautau ist extrem verwundet gewesen. Extrem unangenehm. Tautau, lebst du noch? Ja. Grüßt euch Leuten. Soviel dazu? Urlaiwund. Urlaiwund. Ah, Tautau liegt hier. Hier sind ganz viele Leute tot, Konran. Ja. Ah, Hilfe, hier kommt man ja gar nicht durch. Was soll denn das hier? Aha. Botzda. Botzda. Der hat mich ausgelassen. Der hat einen bunten Punkt gefunden. Ich bliege ein Schwert. Also dein Popo. Uuuuh. Wir legen sehr, sehr viele Leichen. Uuuuh. Hau ab! Uuuuh. Oh, wir knacken. Nein. Oh, Fisch. Putz it down. Nein. Ich hoffe, der fällt gesetzt. Oh, McFly. Wir weg. Ist das McFly oder was? War zu viele tote Leute. Daut. McFly wird bestimmt ein guter Vater. Oh. Ah! Weil er nimmt die Pelle. Nefi wird vom unsichtbaren Schwert angegriffen. Ich finde das Hintergrundbild sehr verwirrend. Das ist einfach nur so ein Minecraft-Screenshot. Besser als auf manch anderen Maps. Mach's besser, Nefi, ehrlich. Ja, endlich. Ich hab nur noch zu, ey. Ich wurde zum Rieder geschlagen. Ja. Ehrlich, Nefi, nur am Uffner. Keiner hat's gesehen, ey. Das war... Ja! Dass sich auch keiner wundet, dass ihr fang mal aufhört zu schreien. Ja, es war traurig. Ich dachte, du würdest mal ne ruhige Minute einlegen. Ja. Gibt's nicht. Du hättest ein Kind, dass du noch auf Karp ist. Ja, auf einmal so. Ah! Lauf, 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 ey! Ja, mach's doch, Kapuzzo. Ich bin Detective, ey. Oh, okay. Fade Egil. Wer ist es? Nefi ist es. Nefi ist es. Oh, MCD. Nefi ist es. Nein, folgt ihn. Ich steh auf seiner Liste. Oh, war der Fisch. Ah! Kunran, schleich dich. Geh weg! Kunran schleicht nicht. Da, hier. Wieso schleichst du nicht, Junge? Kunran schleicht nicht. Kunran frei zum Abschluss, der springt. Kapuzzo, pack dein Dödel wieder ein. Kann man mit Sia, Sicht. Damit sie Sia verstellt, zupft dich. Ah! 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 Oh Gott, ich riskiere's. Ah! Okay, sorry, sorry, sorry! Kapuze, pack den Dödel! Pack ihn aus! Bingo, bingo, bingo! Kapuze, pack aus! Ich bin ganz viel. Ne, 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 ne! Die werden mich geschossen! Nee, Pferde bin ich geschossen. Nee, Pferde bin ich geschossen. Nee, Pferde bin ich geschossen. Da brauchen wir keine Fisch-Optik. Taufeu hier. Au! Kaputz, Kaputz. Ich bin nicht rastet aus. Sorry, jetzt hab ich gewusst. Hier von links hat irgendjemand geschossen. Ich raste aus, ich raste aus. Ey, wir hatten hier so ne Scheiße. Bist du real? Bist du real? Fisk und Dalu hier. Fisk hat auf Dalu geschossen. Ich hab mich nur gewehrt, Taufeu. Nein, ich hab... Oh, verdammt. Das habt ihr alle umgebrochen, die waren alle innocent. Bist du real? Wieso, warte, bist du beschossen? Das war der random wieder. Das war doch nicht random, what the fuck? Das war random. Dennis, Dennis... Hey, ich bin doch Detective. Wie sagst du denn, das ist random? Weil ich das gesehen hab. Nichts Spaß ist es. Genau. Ich hab hier überhaupt nichts gemacht. Ich werd hier ständig von irgendwelchen Schwertern getroffen, die auf dem Boden liegen. Was? Was? Wo bist du? Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Oh Gott. Ne, ne. Hey Finger weg. Lass das fallen. Ich schieß dich ab. Okay. Herz eingelassen. Gut. Gut. Hier, have a med kit. Pistoria. Hier, have a med kit. Hier, have a med kit. Hier, have a med kit. Danke. Ah, Nephi hat mich gehauen. Pixel. Was denn? Schau mir nicht anders an. Ich glaub, Pixel ist das verdächtig. Lebt kaputt noch? Ja, ich lebe noch. Aber ich hab nicht mal gucken können. Test, test. Merkmal, ich versuch das. Warum lebt er eigentlich noch? Wir ändern. Dalu wurde wiederbelebt von dem besten Detektor für diesen Raum. Oh mein Gott, der Premier ist weg. Ne. Das geht hier. Ah, okay. Okay, okay. Warum schießt ihr ihm? Nefi und... Nefi und Kunran. Nefi und Kapuze. Nefi und Kapuze. Ne, Nefi und Kapuze. Nefi und Kapuze. Warum wieder ich? Weil es Dalu auf den Langschirm hat. Okay Kapuze ist es nach der Reaktion. Nein, 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 nein. Ja, kein zum Abstoß. Das ist immer so. Ja, dann schießt doch. Du ihn. Du ihn. Du ihn. Du ihn. Du ihn. Wer ist das? Du ihn. Warum war er die ganze Zeit nicht bei uns? Ja, Preno 38, ja Preno. Ach so, ja. Du ihn. Geh weg, du. Geh. 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 Ich habe Fisk getötet, weil Fisk mich angeschossen hat. Nachdem Dalo mich angeschossen hat. Da hast du auf jeden Fall mit drauf geschossen. Ich hab ihn nicht einschossen. Der hat ja keine Chance. Fisk war ja Wanted. Ich hab nicht einen Schuss gehabt. Ich hab gesehen, was ist eine Silence AWP? Du hast Eberführt. Die Silence AWP war wieder nach. War klar, weil Kundran sieht auch immer viel. Kundran sieht immer mehr als da ist. Ja, aber schade. Oh, wäre doch schade, wenn jetzt jemand das Messer auf den Kopf kriegt. Vor wem? Oh, das Messer, ich will da runter. Koroban ist da vorne. Ist das für der AFK, oder was? Ich dachte eigentlich, Kapuze. Kapuze war klar. Kapuze war klar. Schieß ihn ab, Tauta. Warum bist du hurt? Nee, weil ich runtergefallen bin. Schieß den Botze ab. Wie kam der jetzt? Das bin die Minuskramer. Ey, pack mir nicht an, Goro. Hm? Bist du real? Was? Da ist jemand so voll vor mir auf dem Boden. Was war das denn jetzt hier drauf? Der Detective ist hier abgeschossen worden. Was? Tauta ist tot Detective. Hey. Ich kann mir zeigen, wie das passiert ist. So. Und dann wird er hier runtergesucht. So ist das passiert. Hey, ich wurde vergiftet. Kapuze ist es. Die Bengel. Hey, es muss einer von hier gewesen sein. Es muss McFly gewesen sein. Wie, es muss ich gewesen sein? Es ist sonst keiner hier. Ich bin nicht. McFly. Doch, hier ist doch jemand hochgeklettert. Ja, und wer? Keine Ahnung, hab ich doch nicht drauf geachtet. Ja, du hast doch... Wenn ich bei 20% Leben bin und du mir keinen Trait an, ich fass knapp nicht sicher. Was soll das denn jetzt sein? GORUH! Lauf. Was auf deiner Seite? Wir haben noch 40 Leben. Detektiv kann mich vielleicht heilen. GORUH! Kannst du mich heilen? Nefi war es nicht, die kam gerade aus dem Traitraum. GORUH! 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 Du bist der Taubendacht, warum hast du die in der Hand? Ich habe doch gerade mit dir getötet! Ja, aber warum hast du die Taubendacht da? Dann ist es Kapuze, oder Leute? Nein, Leute! Ja, aber echt, ey! Dann ist es McFly, dann ist es McFly! Lauten Kapuze bist du wirklich nicht. Nein, ich bin's wirklich nicht. Es ist sicher McFly. Das ist aber jetzt ne Anschuldigung, die... Okay, dann könnt ihr studieren. War das ne geile Runde, Alter. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Aber Alter! Töte mich doch, McFly. Ach, Mann. Wo ist das denn von euch? Ja, McFly, ich dachte, McFly geht runter vom Tisch. Das war Kapuze. Kapuze hat halt auch eine Tau oben damit gesehen. Ja, ich hätt ihn auch erschossen, hätte ich 20% Leben. Aber ich war's echt nicht, das war Kapuze. Nee, nicht. Komm mal hin, oh du. Wer war denn der andere? Nefi oder Botza hat mich vergiftet. Ja, ich hatte dich nicht vergiftet. Keiner hat mich vergiftet. Aua. Aua. Gib mir die Schock gerne. Toll, hättest du auch nett fragen können, du Arsch. Habe ich ihn abgestochen. Leute, ich glaube es ist Fiss. Ich glaube es ist wirklich Fiss. Na fängst du Spaß, hast wieder... Fiss. Na? Ey, du bist es, oder? Ja, du bist es. Ich pack dich auf meine Liste, ey. Okay, pack mal mich auf seine Liste, ey. Steh ich wahrscheinlich sowieso drauf. Dalo, du bist hier da oben auf den Tauch. Ich hab dich auf Void gestellt. Okay, okay. Ja, du bist da runter gesprungen. Nein, kann man nicht. Ah Void ist schlimm. Ey, wer hat mir hier eine Falle gestellt, ey. Wen möchten sie anzeigen? Dir um die Ecke unterliegt das Schwert auf dem Boden, ey. Das war Tautaus. Was? Du hast hier die Falle aufgebaut für mich. Welche Falle? Ja, hier das Schwert so um die Ecke gelegt. Ja, genau. Hau ab mit dem. Hörst du dir dreckig gedacht, wenn das was du jetzt war? Und mit Schwert um die Ecke gelegt meint er eigentlich die Hose aufgemacht. So hier lege ich ihn. Ohhhh. Das war Kapuze. Ey Fiss, hast du gerade meine Identität geklaut? Ja. Ey, schieß ihn ab Goro. Es ist Fiss. Der hat meine Identität glaube ich geklaut. Mach ihn doch. Ja, wenn das nicht war... Wer ist es? Wer? Wer? Ja, wo geh denn? Behalt Fisk im Augenblick. Nicht Nefi, das bin ich. Achso, sorry, ich seh nix. Wo ist TauTau? Ne, der hat sich selbst ergiftet. Mit einer Angst, hab ich seh nix. Schieß jeden ab. Habt ihr TauTau schon? Ne. Habt der Fisk schon getötet? Fisk hat Darlow umgebracht. Ja, von den Zombies, Mann. Weißt du das? Dann töte ihn. Mach n' Blatt. Botza ist es auch. Er ist verdächtig vorbei gerannt. Ne, Botza ist es Botza. Fisk, TauTau und Pixelspar. Lasst euch nicht verarschen, Mann. Es wurde eben Maxi gerufen. Ja, aber warum? Also Botza ist es auf jeden Fall. Dann bist du es auf jeden Fall. Wer ist es auf jeden Fall? Ja, aber es ist doch ein TauTau. Ich bin Dete. Da kann man n' Schingo. Umso verdächtiger. Man kann's ja mal versuchen. Willst du mich wieder abschießen? Ja komm, dann. Okay komm, mach ich's. Are you killing? Ach. Schau wie dreist hier gemordet wird. Kundran halt. Er wollte, dass er getötet wird. Also hat er es bekommen. Pixelspar ist es wieder. Ja, er schießt jetzt Pixelspar. Was? Was denn? Ich muss doch wenigstens dich mal angucken. Du musst ja wenigstens mal dein Target machen. Du hast doch irgendwas im Gesicht. Oh Maxi, es tut mir leid. Das ist aber jetzt schon pervers. Das Blut von Maxi. Tja. Unschuldigen Menschen. Wo ist TauTau eigentlich mittlerweile? Also nur, wir schauen alle noch hin. Ist das Kapuzen Jones, ne? Ja doch. Herrliche. Ja. Grants, lebst du noch? Ja. TauTau lebst du noch? Ähm. TauTau lebt nicht mehr, ey. Oh. Trance glaube ich auch nicht mehr. Hey, keine Gerüchte bitte über mich. Da lebt. Und da ist Fisk gesprengt worden. Call Detective. Der Fisk. Da rechts jetzt, Goro. Der Fisk. Der Fisk. Der Fisk. Hier gibt es vielleicht noch Credits. Gibt es vielleicht noch? Da sind vielleicht noch welche Sachen drin? Ne. Der ist leer. Der ist leer. Hinter dir ist der Traitor. Hinter dir ist der Traitor. Warum bin ich der Traitor? Ja, Pixelspaß. Ne. Kapuze. Warte, 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 warte. Wer hat da geschossen? Ja, ja. Kunze. Was? Achso, du bist jetzt einfach auch so ausgelassen. Was war das für ein random Scheiß jetzt wieder? Es waren doch nur noch die beiden am Leben. Ich war der letzte Indoor. Ich konnte eskalieren. War richtig, ja. War richtig. Ich hab bloß nichts gesagt, damit sie es nicht wissen. Nevi hat doch Maxi gerufen. Ich hab Maxi gerufen. Einfach nur aus Spaß, um ein bisschen Verwirrung zu schließen. Ja, hat funktioniert. Das kannst du nicht machen, wenn Kunde... Das kannst du nicht machen, wenn Kunde... Das kannst du nicht machen, wenn Kunde... Du musst einfach gerade Namen rufen, oder... Gerade dann? Ja, du... Vor allem, wenn du da noch sagst, er schießt mich. Will dich sort of haben. Ich hab gesagt, er schießt mich mit einer Golden Deal auf. Nicht mit einer Pumpgun. Ey, wen hab ich denn da verrischt mit der Zombie-Faller? Das wird jetzt gar nichts... Das ist kein Geld mehr für eine Golden Deal. Kannst du dir alles nicht erlauben, wenn Kunde... Wollt da vorbei. Ja, ja, du bist aber tot. Oh, oh! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Ich hab keine Waffe. Ich hab nichts getan. Das Schwert ist auch eine Waffe. Ich hab nichts gemacht. Dann gib du mir die Mc10. Danke. Dankeschön. Nefi! Jetzt mit Maxi, ey. Das kommt in ihre Axt jetzt auf. Ist es jetzt Nefi? Das kommt positiv so negativ. Ups! Alter! Das war... Hey, das hat auch so schwer! Das hat auch so schwer! Das hat der kleine hier nicht. Kann ich dir jetzt glauben oder es lassen? Herr Gorotai! Ohne Mullen und Knullen! Ey, vorsichtig! Ich muss hier runter! Ohne Mullen und Knullen! Ohne Mullen und Knull. Was ist denn hier? Ahhhhh! Das ist ein Leiter! Das ist eine Leiter! Das ist Sack! Isas jetzt? Ja, Tau Tau! Ist es! Oh, hier ist mega viel Money auf dem Tisch. Wolle Massager? Wie gut war das Leiter? Ich hab die Arme da! Hm, irgendwie... Ich hab mir nichts zu schwusses. Ah! Ja? Er kommt da... Nicht auf dem Tisch, der. Jetzt bin ich auf dem Tau Tau. Ja, ich hab das leider schon... Da wird gemordet in den Raum. War zu verlockend. What the fuck, kid? Warte, da war das Feuer. Und man hört nur, ups, ich geh hier rein ins Feuer. Stopp, stopp, tschuldigung, tschuldigung. Tschuldigung. Ich hab den anderen gesucht. Knall ihn ab, Junge. Das war keine Absicht. Das andere wäre Fisk gewesen. Ja, aber ich hab... Wie? Wie geht das jetzt? Da liegt die Tautau. Na, hab ich deine DNA bekommen? Meine bestimmt nicht. Dann hast du Dallus. Nein, ich hab keine umgebracht. Tautaus dürfte so ungefähr an jeder... Von was hast du die DNA genommen? Ich hoffe nicht vom Kopfkissen. Ja, aber trotzdem dürfte an so ziemlich jeder Leiche die DNA von Tautau sein. Also, dass wirklich die Tautau-Leiche denkst? Sag ich ja. Hätte er mir... Oh fuck. Sag doch den Namen. Echt gut. Mach doch mal die Augen auf. Ich glaub den kann ich übernehmen, das ist... Mach doch mal die Augen auf. Mach doch mal die Augen auf. Mach doch die Augen auf, Megfly. Und dann nach vorne. Oh du meinst in die Zum. Hehehe. Warum ist der Tautau jetzt gerade so gerandomt? Du wolltest mich mit dem Schwert aufstechen. Und dann schieß du alle ab. Und dann schieß du alle ab. Ich hab die Schaden gemacht, damit ich zurückkämpfe. Alle drei Traitor überlebt, ey. Wie der Date da so wenig hatte, ich musste den boxen, ey. Wir mussten ja auch nicht viel tun, das hat der Tau-Tau gemacht. Der Schleier war rückwärts in die Kopf. Ich wusste nicht mal, dass ihr Zombies in der Mitte spawnen. Tau-Tau war echt MVP für die Traitor. Ja, das ist richtig. Ich sag nicht mal Entschuldigung, ich sag immer nur ups. Ups! 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 Lass mich halt, was ist Spachen einsammeln! Bobo! Guck mal, wenn ich jetzt sterbe, ist es nicht viel. Ey, warte mal. Warte, ich will nicht... Da ist er, ja, ja. Da ist er, ja. Ich hab auch nicht immer ne Waffe. Geh weg, ey. Ist schon zu spät. Geh weg. Alter, wenn irgendwo ein Doppel in der Ecke drängt, Leute. Ja, ja. Das Doppel, der Bosse... Ich glaub nur... Das Doppel, der Bosse, ich glaub nur... Ey, Tau-Tau... Warum ist Tau-Tau schon wieder hurt? Der Traitor ist hinter mir... Ah! Ey, das Schwert! Wer war das? Ne, Fisk war das. Nein, Fisk war das. Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau. Ach, Gott, da kam die. Aus. Der war da. Ey. Vorsicht, Vorsicht. Oh, ich hab nen Traitor gekillt. Oh, hier sind ein paar draufgegangen. Ich hab'n Trailer hier, Tauta, und, und, da wurde einer vom Zombies schon aboliert. Tanzt den Goro mit mir. Okay, Tauta hat die tatsächlich aktiviert und ist dann nach reingelaufen. Uh. Da war der Goro-Tan. Nicht Goro! Warum dat? Ja, weil der Goro bei einer Augen in den Zombies geraschelt ist. Ah, und da liegt der Gifi. Und der Nächste. Der Nevi ist auch noch reingelaufen. Nächste. Der ist auch kein D. Der ist auch kein D. Der Puzze kommt mir entgegen. Ich bin da. Du bist auch da. Hinter dir, Kunran. Klotz, er hat mir der Sniper auf mich geschossen. Doch, ich hab er geschlossen. Ja, hat er. Oh Gott, ich hab was gesehen, den Traitor-Kollegen getötet. Oh, sorry Fizz. Ich geh um die Ecke und seh einfach nur ein D. Aber es hat auch Dalu noch. Wir haben es direkt gesehen, ey. Aber der Schluss war gar nicht mal so schlecht sogar. War es der Sniper oder das Baby, ne? Oder was meinst du? Baby mit Doppel? Ich wollte aber auch gerade Baby dann in Ganglänge schmeißen. Ja, hättest du aber machen können. Zwei Homos ein Gedanke. Was das sind zwei Homos ein Gedanke? Scheiße Waffe! Weil beide ein B wieder langwerfen wollen. Oh Gott, ich sterbe Leute, ich springe! Von denen nehm ich auch noch schnell. Oh Gott! An derselben Zeit. Scheiße, ich wollte gerade runterwerfen. Warum das? Hast du Glück, dass ich es nicht bin? Direkt auf meiner Liste. Eine Liste. Eine Liste. Eine Liste mit... Eine Liste mit... Ah, Boxstar! Bist du ein Glück! Von Fisk Faschen. Däflich, Adalu. Wie ein Glück, dass ich es nicht bin. Goro Tai. Ey, das sagt er nur wenn er es ist. Kapuze ist es. Darf ich rausschießen? Kapuze ist es. Oh, Fisky, hast du mich hier gefunden? Kapuze ist es. Ich hab ihn gefangen hier oben. Er ist gefangen hier oben. Ich geh hier weit mit dem Flair aufgefangen. Du kommst hier nicht mehr raus, Dornröschen. Du auch nicht. Goro? Komm doch, ich komm hier raus. Komm mal mit, komm mal mit. Wirklich jetzt. Ich töte dich auch. Ich hoffe du mich auch nicht. Komm her. Komm, Picks, Fasch. Stell dich hier hin. Schieß mich einfach ab. Los, trau dich. Und dann spring immer. Einfach nur hoch springen. Dass du dein... Ich will dich in das Fenster kicken hinter dir. Komm, nimm die golden diegel. Nicht die da. Geh näher ran. Wenn du sicher bist, nimm die golden diegel. Nur hoch springen. Warte, ich komm nochmal hoch. Ja. Ja. Und... Go! Mach mal, ne? Warte, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, du musst... Okay, okay, springen. Von hier ist besser. Ja. Nochmal, nochmal, nochmal. Was machen die Bobos da? Ach, Mann, das ist... Das Timing ist scheiße. Das Timing ist scheiße. Was macht ihr denn da? Du dringst oben in den Garten. Ich seh auf Kapustliste. Was macht ihr denn da? Warum ich bin doch gar nicht bedient? Ah, der war gar nicht so schlecht. Nein, der war gar nicht so schlecht. Wo bist du denn? Hast du grad ne Waffe in der Hand gehabt? Alter. Ah, was ist denn das? Ach, das wird nix. Ne, das wird nix. Das wird nix. Kein guter Schwung. Kein guter Schwung heute. Warte, dann versuch du mal. Ja, und du mit ner Shotgun, ja? Ja, ja. Sind ja nicht blöd. Wo ist denn dein Geheimgang? Der wäre... Ich hab mit den... Ah, das war nicht schlecht. War nicht schlecht. War so knapp. Alter. Ey, da schießt einer. Goro hat geschossen. Warum? Hey, da schießt... Hey! Ne, Goro hat geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Goro ist es. Oh Gott, der brennt. Brenn in der Hölle. Hab ihn. Fangen die Plasma von mir. Oh Gott. Oh fuck. Oh, das wird, er werden in Zombies gestorben, ohne rein zu gucken. Ja. Der Zombie-Trap. Der Zombie-Trap. Der Zombie-Trap. Der Zombie-Trap. Silent Sniper auf mich. Was? Was? Da sind die Zombies. Ich bin doch nicht weggegangen. Alter. Und da ist weg schon, Detective. Oh Dalu hat noch richtig... Detective Traitor. Oh danke, Goro für die... Heil Dalu, aber Dalu ist safe. Draußen. Maxi steht hier draußen. Ja, ich stehe hier oben. Halt warte, Maxi steht draußen, dann hat er bestimmt die silenced. Ne ne, ich stand draußen auf dem Balkon. Ach ja, gut da kann man die natürlich nicht haben. Oh ja, das stimmt. Da steht die auch. Hier nen Hook. Oh, der Detective ist tot hier. Ja, der ist bei den Zombies gestorben. Woher weißt du das? Der ist bei den Zombies gelegt. Woher wusstest du das? Der ist bei den Zombies gelegt. Ich hab ihn aber gerade erst confirmed, woher wusstest du das? Ich hab gesehen, dass da einer gelegen ist, aber ich konnte nicht hin, weil da noch die Zombies waren. Das hört sich sehr random an. Nein, das war so. Ich hab auch vorher gesagt, dass da wer liegt. Ja! Der Dings hat nicht viel Leben, der Dailer. Der Lost. Wäre doch schade, wenn ein Unfall passiert. Wäre doch schade. Ah. Du hast du gerade eingekauft, Herr Botster. Herr Schoppster hat er. Herr Schoppster. Ey, gut drin. Ey, das war ja wohl wichtiger. Luck von Tautor, dass ich da nicht bin. Schoppster. Hey, nur noch einer? Ne. Dann ist es Maxi. Ne, Fisch, Maxi. Der ist Kapuze. Ich hab gerade... Es ist Kapuze! Boxte! Ja! 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 Immerhin! Das war's. Das war's. Bisschen Shit Happen. Stopp! Ja! Kommst du weg, ey! Stopp! It's Hammer Time! Hammer Time! Hammer Time! Hammer Time! Ja, was denn? Das war Reaktion! Da hat man wieder gesehen, dass Tautor immer, wenn der Detective ist, den scheiß Healball frisst. Der frisst so viel Damage weg, ey. Ja, hab ich gemerkt. Fühlt den AWP ihn trotzdem mit einem Schuss denn? Ja, das ist auch keine Edge. Macht der Healball auch nix. Achso, okay. Ihr 100 reicht nicht! Nicht! Just do it! Das reicht uns nicht! Just do it! Fick dich weg! Du Homo! Du Homo! Oder ich kastrier dir die Eier! Fick dich weg, ey! Fick dich weg! Fick dich weg oder fick dich los hier oben! Aber du kommst auch immer zu! Ja, das schrie dich hier die Eier! Immer am gleichen Ort! No, 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 no! Was? Jetzt hab ich auf dich geschossen. Der Putze ist hinter Maxi und hat ihm die jähne! Der hat den Weg geklappt! ORG! Der Kampus hat ein Messer! GER MEISER KETEN! Aber rein in den Saal! Eiiiih! Mach dich jetzt! Jetzt mach ich ihn! Mach dich, ey! Ich mach dich, ey! Ich mach dich, ey! War die hier wirklich einer besser gezückt hat? Ja, ooo! Eiiih! Er war es nur! Das war Dalu glaub ich Ich hab kein Knie Dalu hau ab jetzt Ja Dalu hat dir auf eine Kapuze geklaut Dalu ist abgehauen Der hat es mir gestohlen Irgendwie ist es gestorben Hat einer gestorben Und wieder hoch Das sind Zombies Das war ne Dalu Dalu Hä ich bin doch selbst hier an den Zombies fast gestorben Dau 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 das sind Zombies Dau 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 Hörst du überhaupt zu Du bist doch fällig mit dem Herzen Dau 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 nicht da runter da sind Zombies Ich könnte jetzt die Leute runter Das war das Danksack wie hier unten war Goro was soll die Scheiße Das war Fake Goro Ne das war der Bons Ich hab den Bons da gekehlen Ich hab den Bons da gekehlen Ich hab den Bons da gekehlen Ja hab ich Doch doch ich lege ihm der erstmal Das Problem ist bei Sag was du das wird erst 3-4 Sekunden später danach gesendet Der Nephi Das ist ja zwei Das Nephi ist ja wie immer Nephi Wo ist denn der Nephi Immer Du Penner Weißt du wo er ist? Ja unten Ge weg Boah Alter Kapuze Du schluckst wie ne Haargelden Da dreht er sich um und gibt mir einen Schuss Und ich bin tot Wie ne Haargelden oder so Ja ich hab richtig viel in dich reingewichst Du hast reingewichst Das ganze Ladung Kapuze raus Andere wären schon erstickt dran Grants aus dem kleinen Teil Da Kapuze raus Asia weißt du das? Happy Ending Asia Wochen Hat einer Fizz gesehen? Ja Ja Sir Fizz and McFly Ah yes Ja 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 Wir haben vorher McFly schon Ich hab jetzt Fog bin Surrendered Das war's jetzt wert Ist das die letzte Runde jetzt? Ist das die letzte Runde jetzt? Keine Ahnung Jetzt bin ich schon wieder gegen das Schmerzen Ich muss das vorher wissen Nein das sag ich am Ende Ist das schon die letzte Runde Okay das ist die letzte Leute alle eskalieren Bozza eskaliert mich Bozza eskaliert mich Ja 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 Stopp Ey Kapuze schießt wirklich auf Storos Ich hab geschossen Abgeschossen Abgeschossen Du redest aber noch Nee aber das ist ganz anders Ich hab's dir mal geholfen McFly Lebst du noch? Hä warum ist Dado bei mir confirmed dead? Ja weil ich im Dead Ringer gestorben habe Fizz getötet Das ist mal ein Bug von der Vorrunde Das ist mal ein Bug in der Vorrunde Ich hab Fizz getötet Aber leider hat der McFly glaube ich in die andere Dimension geschossen Nefi debbst du noch? Wir werden gleich sehen Hey was soll das? Du hast doch geschossen Wo hast du geschossen? Hi Du hast mich auf 15 Nisch geschossen Ich hab überhaupt nicht geschossen Natürlich hast du geschossen Check die Tapes Ich war ja im Shop Also Erschieß den Das ist gleiches Recht für alle Jetzt bin ich auch auf Du hast eingefallen Du hast eingefallen Gleiches Recht Ja Hoppala Ey Es muss Goro sein Es ist jammed there Wuhuuu Dann ist es Kapuze Zeit Dann ist es Kundran Dann ist es Kundran Er ist nach hinten rechts Er ist nach hinten rechts Ausschwärmen Leute Ja das war echt Los Leute ausschwärmen Ausschwärmen Schwarmetelegenz ausschwärmen Und Fisk oder? Ja Fisk und Kondran Ja ne Fisk ist das nicht Fisk und Kondran ausschwärmen bitteschön Nein Fisk ist das nicht Fisk und Kondran 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 Gibt's nicht Wut the fuck Wie konnte das passieren? Was? Wie konnte das passieren? Alter du Lacka Er hat beide durch den Kopfschuss weggeballert Alle durch den Kopfschuss weggeballert So Oh Mein Boy Das ist unglaublich Dieser Lacka Ich leere! Hahahaha 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 Kaputzes Reaktion Erstmal Wachen wegwerfen Hahahaha 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 Hilfe Der ist weg Uh Der ist mies Hahahaha 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 Bis zum nächsten Mal Leute Hau da rein Tschüss Tschau Bis zum nächsten Mal